Hallo mein Freund und herzlich willkommen zum Ghost Recon Breakpoint Klassen Level Let's Play, nenne ich es einfach mal. Ja, ich möchte dir in dieser Einführungsfolge nur mal kurz erklären, wie das ganze vonstatten gehen wird. Und zwar spielen wir ohne KI-Kameraden, wie du hier siehst. Und ich werde immer pro Level, also pro Level ab, eine Folge hochladen. Das heißt, die ersten Folgen werden wahrscheinlich ziemlich kurz sein, aber im Nachhinein, wenn der Grind beginnt, werden die Teile dann auch länger. Ansonsten gibt es eigentlich nur noch zu erwähnen, dass ich extra einen neuen Charakter angefangen habe, weil meine anderen Charaktere alle schon gelevelt sind. Und jetzt möchte ich dir noch kurz einen Überblick über die Einstellungen geben. Und zwar habe ich die Asra-Aid und Helikopterpatrouillen deaktiviert. Schwierigkeitsgrad extrem, Ausstattungsstufe aus, also Immersive Mode oder Ghost Erfahrung. Schwierigkeit, Elite angepasst, mit wenigen Verbandsmaterialien, Verletzungen immer, Ausdauerverbraucher extrem und so weiter. Dann kann ich hier gerade weitergehen. Hier bei Soziales und Biwax, alles, also quasi Shop und Werkstatt nur in R1. Und dann noch die Hat-Einstellungen. Hat ist deaktiviert bis auf die Einsatzerinnerung, Interaktionsshader, wie du hier siehst, die Einsatzerinnerung, Interaktionsshader und die Benachrichtigungen, damit wir auch sehen, wenn ein Klassenlevel geschafft ist. Hier ansonsten ist alles aus. Gut, PvP interessiert ja nicht, aber hier ist alles aus. Gut, dann wünsche ich dir wie gesagt viel Spaß gleich mit der ersten Folge, die gleich online kommt. Und bis dann mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.